Moin Leute Trimax hier, willkommen zum nächsten Opening eines Vintage Displays. Heute haben wir Gym Heroes hier, 20 Jahre alt, 12.000 Euro hat es gekostet. Heute habe ich keinen Sponsor mit dabei, ich habe aber letztendlich viele Openings gemacht. Hier können wieder extrem, extrem geile Karten drin sein, einige Karten von hohem Wert, einige Karten mit nicht so hohem Wert, die ich aber sehr, sehr geil finde, die ich sehr, sehr gerne in meiner Sammlung aufnehmen würde. Oh, ich bin noch aufgeregt, ich bin jetzt noch aufgeregt von den Openings von dem letzten Mal, das hört irgendwie nicht auf. Wenn euch das Ganze gefällt, diese Openings, könnt ihr den Kanal gerne kostenlos abonnieren, wir machen mittlerweile jedes Wochenende ein richtig geiles Display auf. Wir haben auch schon das nächste Ding in der Pipeline, das werden wir auch noch im Laufe des Streams verkünden, was wir als nächstes aufmachen. Ich werde ganz genüsslich und langsam das Ding hier schon mal öffnen und wir reden über die geilsten Karten, die hier rauskommen können, die ihr am meisten fühlt. Wir hatten das Fossil geöffnet und da war kein Lavados drin, das war, ja, es ist okay, aber hier können heute jetzt zwei verschiedene Holo-Lavados-Karten drin sein. Davon möchte ich auf jeden Fall eins haben. Dann ist hier ein ultra geiles Gengar drin, was ich extrem fühle. Dragonier kann hier krass drin sein. Ich feiere Misty's Tantacruel, sehr, sehr doll. Ist jetzt zwar eine Karte, die nicht so wertvoll ist, würde ich aber ultra fühlen, fand ich früher schon geil. Wenn ihr Karten unbedingt haben wollt, dann macht das nicht, aber wenn ihr sie unbedingt haben wollt, versucht sie nicht selbst zu ziehen, das macht überhaupt keinen Sinn. Die Preise sind so überteuert, ich könnte mir auch die zwei Karten, die ich so sehr fühle, einfach selber kaufen. Wir können das Ganze hier aufgrund von euren krassen Support öffnen. Und da gibt es nicht viele von. Es gibt auf jeden Fall die eine oder andere Karte, die haben ja immer unterschiedliche Gewichtungen. Es gibt die eine oder andere Karte, die öfter gezogen wird als die andere. Okay, okay. Digga, dieses Gengar ist einfach so schön, ich sehe es gerade. Ja, ist es. Du brauchst so Gengar, Alter. Ja, ich will jetzt nicht sagen, was ich alles haben möchte, am Ende habe ich es nicht, deswegen gehe ich da ganz vorsichtig ran. Wir hatten jetzt echt viele geile Openings, extrem geile. Irgendwo, irgendwann, weißt du? Alter, wer hat er unten drauf unterschrieben? Äh, der Vorbesitzer von denen, wo mir die Rave Cards gebracht haben, ist der dafür komplett, dass man sieht, dass es seins ist und falls es resealed, fake oder sonst was sein sollte, dass man da die Gelder holt vom Vorhändler, vom Vorhändler, vom Vorhändler. Oh, okay. Ja, an der Stelle auch mal hier, kein Partner von mir, aber die Jungs, die ich halt ultra feiere, Shoutout an Rave Cards, die bringen mir das immer hier vorbei. Die kommen ganz aus Koblenz, ganz hoch bis in den Norden gefahren, nach Hamburg und liefern mich und Micky und treiben diese Dinger auf, bisher alle in geiler Qualität, zu einem geilen Preis, das ist, das ist geil. Ich kann es nicht fassen, das stand hier, das stand hier so lange, das stand hier so, das stand hier schon zwei Wochen fast und ich musste mich, ach, die Qualität ist ja insane, was haben die damit, was, wie konnte das passieren? 20 Jahre ist damit einfach gar nichts passiert. Okay, das schieben wir jetzt zur Seite, wohl, das erste Pack können wir runternehmen, wir nehmen mal von links ab. Ich finde, die Booster sehen actually ziemlich sick aus. Die sehen sick aus. Ich verstehe noch nicht ganz, misst die Frisur auf dem Booster. Digga, es ist schon wieder scheiße, erst mal, wir müssen das erst mal wieder ablenken. Okay, es geht los, als erstes Anton. Trainer. Minion of Team Rocket, das ist ja richtig, das ist mies. Wasserenergie. noch eine Trainer, Trash Exchange. Digga, was war das bisher? Zweimal von Misty, Misty Seal. Boah, ich gucke gerade auch so die Serie, ich bin da so drin, ne? So geil. Das ist ein cooles Mankey-Artwork. Ja, das andere Mankey fand ich echt bescheuert, das andere aus dem, wo kam das raus? Wo ist das so komisch aussah, weißt du, was ich meine? So komisch gezeichnet, das sieht geiler aus. Pantymos. Oh mein Gott. Das ist schon mal ein Hit. Das ist direkt Hit, schmeckt, schmeckt sehr, sieht extrem aggressiv aus. Viele feiern ja so ein dickes Pikachu, das ist eher agil und aggressiv, finde ich aber auch mal ganz geil. Das ist die letzte Karte, das ist Erika's Picture Bell. Nein, da ist noch eine hinter. Das ist doch die Rare, guck mal unten rechts. Da ist noch eine, das, ja, es ist eine, aber da unter ist, oder, dann habe ich die Kartenträg verkackt? Ja, das Kartenträg, falsch, vier. Safe? Ja, ja, dann müssen es vier sein. Loll. Vier Stück, vier Stück, okay, okay. Na, Alter. Karu so kraftig. Chip baited. Wie viele garantierte Polos haben wir hier wieder drin, wie sonst immer, elf bis dreizehn? So wie immer. Weiter geht's, wieder ein End-Torn zu Beginn, wieder Misty. Ganz schön viel schon von Misty gezogen. Boah, was ist das für eine Art, so geil. Sehr, sehr geile Karte. Wie geil. Apollo war schon immer cool, aber das sieht sick aus. Das ist richtig sick. Ist das die erste Holo? Oh mein Gott, ich darf das gar nicht sagen, danach fang sofort meine Hände an zu zittern. Direkt ein Brecher. Oh, wie er schon zittert. Alter, was ein hässliches Pentara, Alter. Ey, ich finde das gut, ich finde das gut. Ich finde es gut, da ist noch keine Holo, aber die Karte ist hässlich. Davon möchte ich die Weiterentwicklung in Holo heute ziehen. Artworks, die sehen, wenn man es einmal gesehen hat, kann man es nie wieder nicht sehen. Ja, genau, you can't unsee it. Wir sagen es einfach nicht, wir sagen es einfach nicht. Okay. Okay, jetzt kommt die erste Holo. Ich würde es halt feiern. Direkt Gengar oder Lavados? Die erste Holo. Gön. Oh mein Gott. Goldeen. Vier Non-Holos? Vier Non-Holos. Ich mag es, ich mag es, wenn sie später, ich finde es gut, ich finde es gut. Narrow Gym. Blaine's Punita finde ich schrecklich beschissen als Artwork. Das ist, finde ich, bisher die hässlichste Karte. Erstens dieser Effekt, dass das schnell rennt und zweitens der Hintergrund. Das sieht ultra schlecht aus. Ging ich bitte ein Plus Eins? Plus Zwei sogar. Das ist halt auch ein brennendes Pferd. Ja. Ich finde die Galar-Version von Punita aber ziemlich cool. Die ist geil. Äh, Psycho-Punita-Bums, ne? Ja. Äh, das ist der fünfte Booster. Jetzt muss man in Holo kommen. Komm schon, die erste Holo. Bitte gleich ein Hit. Das wäre so geil. Let's go. Okay, es ist eine Holo. Es ist eine Holo. Es ist eine... Oh, ist das ein Swirl? Auf der linken Seite? Du hast die einzige, die ich gesagt habe, die ich nicht so geil finde. Ja, ich auch. Du hast die gesehen, wo ich sagte. Die nimmt jetzt natürlich anderen Holos einen Platz weg. Aber... Oh, Printline des Grauens. Wo? Oh, ja. Oh, ja, in der Mitte. Geisteskranke Printline. Oh, oh. Das ist eine PSA 1. Unlucky. Oh, 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 oh. Die Printline ist... Digga, die kennen mich... Sowas kenne ich eigentlich nur aus Evolution. Hoffentlich haben das die anderen nicht. Besser bei ihr die Printline als bei den anderen. Ja, ja, richtig. Rehor. Nein, nur doch wohl das hässlichste Artwork im ganzen Tag. Lieutenant Surge Vault Orb. Komm, jetzt gut. Lanes Tauros. Jetzt aber. Komm, Hit. Hit, 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 hit. Ist das ein Holo-Hit? Oh, mein Gott. Was ist denn der? Mein Pack. Das ist der beste Trainer. Der ist mega selten. Mein Pack. Echt jetzt? Ja, das ist der... Der ist giga selten. Ey, Max. Der ist giga selten, Bro. Das ist ziemlich nice. Das ist ein gutes Sattering. Geiles Holo. Keine Printline. Oh, das schickt ihr meine Adresse. Sogar Swirl. Ja, unten links. Unten links. Swirl unten links. Das ist der seltenste Trainer? Ja. Ja, ja. Der ist giga selten, Mann. Ich hab bei PokerRef gesehen, der hat das auch gemacht. Der ist übel gefreut über die. Wir haben eine Printline. Oh, nein. Nein. Okay, kannst du behalten. Der Printline will ich nicht haben. Ja, das ist auf jeden Fall keine 10 mehr. Aber eine 9? Kannst du eine 9 sein? Ja, ja. Eine 9 kann es sein. Eine 9 zuletzt verkauft. Gestern. Für 314 Dollar. PogChamp. Das wurde gestern für 314 oder 9 verkauft. Und was wäre es eine 10 gewesen? 800. 800. Internet Search, World Orb. Und ist das hier schon der... Ja, das ist der nächste Spot, glaube ich. Ist das Back-to-Back noch eine Holo? Nee. Sandama von... Finde ich... Das finde ich auch... Ich muss sagen, Sandan und die Weiterentwicklung hiervon. Finde ich beide geil. Finde ich auch. Fand ich auch schon immer. Oder nicht? Sandama sieht cool aus. Ja. Als hätte er gestylte Haare mäßig, weißt du? Fühl ich. Ich möchte noch mal ganz kurz für zwischendurch. Einfach nur, weil hier einige Leute mich als ultimativen Pokémon-Trainer anzweifeln. Ich habe aus beiden Sets Regenbogen-Glurak gezogen. Möchte ich ganz kurz nochmal flexen. Sorry dafür an der Stelle. Ich weiß, ihr seid für das Opening gekommen und nicht für den ultimativen Flex. Aber ich möchte einfach nochmal sagen, das war meine allererste Regenbogen-Karte. Und dann direkt Sklurak. Das ist einfach... Boah, bin ich ein guter Trainer. Wahnsinn. Oh, hört man doch gar nicht. Oh, geiles Artwork. Das ist ein richtig cooles Drowsy. Der greift mit einem Reverse-Mittelfinger an. Ich stelle mir vor, die Leute würden jetzt so anfangen, ihren Mittelfinger zu zeigen. So richtig auf Krampf versuchen, die Hand zu drehen. Traumato ist jetzt nicht das geilste Ding, aber in dem Artwork ganz cool. Oh, das ist ein anderes Kleinstein. Das ist... Guck mal, das eine Kleinstein ist auf dem Boden und sitzt da so und kriegt nichts hin. Und das ist richtig am Fliegen und am Attacken. Misty's Horsey. Und ist das die nächste Holo? Jetzt können doch mal... Gengar oder Lava das? Das ist das Holo-Semon. Oh, lol. Das ist eine Rare, aber eine Geile. Relaxo. Wieso liegt der im Müll, Alter? Der liegt einfach im Müll? Guck mal, was ist seine Attacke. Collapse. Rocket's Snorlax is now asleep. In Klammern. After doing damage. Das ist mal ein Fertig, Alter. Warum macht der sowas? Übel geil, Alter. Hey, Relaxo feiert jeder. Natürlich. Sozusagen du mir sagst, dass ein Pikachu was wert ist. Natürlich. Geh kurz aufs Klo. Bis gleich. Bis gleich. Oh, Mann. Everybody, can you feel the groove? So wird ein Schuh draus. Das fahren wir direkt eingleich. Was? Alter. Wie OP. Wer ist dein Deutsch? Oh, boo. Nee, Blutzug? Ja, stark. Alter, ich wusste es nicht. Ich hab dich verarscht. Wann hat es in mein Gehirn gekickt? Ich hab dich verarscht. Oh, was? Du hast dich verarscht? Ja, klar. Wie heißt es? Blutzug, ich hab dich doppelt verarscht. Oh, krassi, das darfst du nicht machen. Nicht vor all den Leuten. Kacke, doppelt verarscht. Okay, gut. Ist aber geil. Das Pokémon ist eigentlich sehr hässlich. Und hab ich nie gefühlt. Aber, das sieht stark aus. Oh, Alexx. Oh, so cool. What the fuck? Electables. Ey, keine Printline, oder? Bitte, bitte, bitte. Das sah nach nächster aus, gerade. Ich guck's mir an, ich guck's mir an. Das sah gerade clean aus, bitte. Gönn, gönn. Gönn einfach keine Printline. Das war ein Fluch, die ersten zwei. Ich seh keine. Ich seh keine. Vielleicht recht eine ganz, 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 ganz leichte. Halt sich ein bisschen ins Licht, dass man so... Da, so, so, so. Und jetzt ein bisschen nach oben und nach unten. Ich seh keine Printline. Ich seh auch keine einzige Printline. Wo siehst du eine, Maxx? Rechts, neben seinem rechten Fühler. Das ist eine ganz, 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 ganz leichte. Die leichteste Printline, die ich jemals bei Leben gesehen habe. Wir brauchen wieder die Reflexion vom Licht. Okay, ich seh, was du meinst. Kann es erahnen. Kann auch eine Artburg drin sein. Siehst du das? Du meinst neben seinem rechten Fühler am Kopf, oder? Ja, genau, genau. Boah, sieht die geil aus. Das ist eine richtig geile Karte. Auch noch von Lieutenant Surge. Ich habe ihn ja auch gezogen. Ich habe zuerst gar nicht gesehen, dass es Holo war. Aus der Perspektive, wie ich es gerade sehe. So, guck mal. Nee, so sehen wir es nicht. Doch, so sieht es. Dass es nicht nach Holo aussieht. Ach so. Ach so, ja. So hatte ich ihn erst mal auf die Karte. Auf der Suche und auf der Printline. Und dann habe ich es gedreht und auf einmal ballert es halt übel rein. Roxeryhorn. Ist das die nächste Holo? Gengar oder Lavalus? Oh, was? Let's go. Kannst du dich ruhig heum, Maxx? Das ist eine geile Karte, Alter. Ich packe sie erst mal ein. Ich zitter zu sehr. Oh, wie du zitterst? Ja, ey, komm. Das ist, dafür habe ich 12.000 Euro ausgegeben. Wir haben heute nicht mal einen Partner dabei. Ich habe einfach 12.000 Euro für das Ding ausgegeben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, letztes Mal haben wir keinen Lavalus gezogen. Jetzt haben wir eins. Wie geil ist das? Oh mein Gott. Vor allen Dingen. Let's go. Wie viel wurde der direkten Lavalus? Meine Fresse. Wie absolut geil. Oh, das Lavalus ist schön. Das ist so geil, Mann. Ey, wenn wir heute noch das zweite Lavalus ziehen. Das sieht auch schon so viel geiler aus. Ja, ne, wenn wir heute noch das zweite Lavalus ziehen. Wird das zweite Lavalus noch oder ein Gengar? Mit weniger gebe ich mich nicht zu viel. Beides. Ich bin jetzt gierig. Beides. Ja, das darfst du sagen. Das ist okay. Clip das, das kommt auch ins Video. Wir ziehen heute, jetzt wo wir das haben, als vierte, als vierte Holo, haben wir jetzt schon einen Lavalus. Wir ziehen heute noch das andere Lavalus und das Gengar. Was ist es? Leute, ich habe gedacht, dass wir noch einen Geowatz ziehen. Da ist es einfach. Eine Rare. Eine Rare Geowatz. Geil. Gold, Alter. Das ist ein Set. Artwork sieht mächtig aus. Einfach komplett in der Luft. Ich weiß nicht, wie das Ding acht Tonnen wiegen kann und einfach völlig in der Luft sein kann. Aber gut, Kleinstein fliegt auch. Sabrina's Abra. Sieht sehr ähnlich aus wie das Abra aus dem Team Rocket. Oh mein Gott, das ist geil. Ich wusste nicht, dass es an Glumanna zu sein kann. Ich wusste nicht, dass es Glumanna in dem Set gibt. Ich schrei. Aber ich will nur die Kante schreien. Ich schrei so. Ich wollte vorhin sagen, schade, dass eigentlich nicht so die Starter drin sind. Weißt du? Aber was? Das ist drin? Set? Ja, ja. Charmander wusste ich. Wusstest du das? Charmander wusste ich. Ich fand halt das Artwork mega hässlich. Guck dir mal das Gesicht an. Ich finde es so cool, Digga. Das sieht aus wie ein Dino. Das ist nice. Die nennt wir eine Rare oder eine Holo. Und? Boxerion? Das ist die Rare? Es geht auch um Boxerion als nicht Rare. Sie sehen sogar beide nicht so geil aus. Was? Was haben wir hier? Ist es die nächste Holo? Wir haben erst vier Holos. Da musst du doch richtig viel kommen heute. Das ist so geil. Utenet-Fresh-Reitschuh. Kannst du das als Holo geben? Nee. Ein Reitschuh von Utenet-Fresh kann es nicht als Holo geben? Nur als Rare? Was ist mit meiner Hand? What the fuck? Was ist das denn? Das ist ein normales Rare. Was ist das denn? Ich kann meinen Daumen so nicht halten irgendwie. Hä? Was ist das los bei dir? Ja, das ist so. Das hatte ich auch. Aber du hast gelacht, du Arsch. Ich will die Karte nicht. Wenn ich sie nicht... Egal. Scheiß drauf. Der linke Daumen macht heute nichts mehr. Das hatten wir schon. Dengar, da ist jetzt so eine todesmächtige... Da ist so ein Gengar drin. Oh Gott, ist da ein Gengar drin. Da ist so was Mächtiges drin. Gengar? Was ist das? Was? Brock-Trainer? Sing, Alter. Wie viele Trainer gibt es da? Oh, sogar in Swirl. Einige, ja. Einige Trainer gibt es. Brock ist geil. Das ist nicht so einer der ultimativen OGs. Besser, als wenn du irgendwie einen Hopf Full Art oder so ziehst. Kommt dir das nicht bekannt vor, Max? Die hast du auch ein paar Mal aus einer anderen Edition gezogen. Aber die war ja nie in Holo. Die ist auch richtig was wert. In der Acht kostet die schon 80 Dollar. In der Ten? Hier ist es eine First Edition. In der First Edition wurde hier für 3100 Dollar verkauft. Oh, ist der Unlimited? Aber? Ja, ja. Aber in der Unlimited finde ich es nicht. Aber geh mal konservativ von einem Drittel aus. Dann ist es immer noch über 1.000 in der Zehn. Es können sieben Trainer drin sein. Uiuiui. Ich war bei sechs, sorry. Sechs, ja. Also sind cool. Keine Frage, auch weil es die OGs sind. Aber ich will lieber einen Gengar. Andere Lavados und einen Gengar. Oh Mann! Oh, let's go! Ey, mit Zwoll vom Fuß. Let's go! Da ist das Gengar! Beide Wetten gewonnen. Warum ist das so gut? Muss ich gleich einfangen. Bitte ein bisschen halten. Noch ein bisschen genießen. Oh, ist das schön. Es ist so eine schöne Karte. Es ist so schön. Ich habe es einfach in der Hand, Mann. Seit Wochen ist das Display neben mir. 20 Jahre ist es alt. Und dann ist es einfach da. Oh, sieht doch aus. Sieht doch aus. Pack ich jetzt ein. Jetzt darfst du es einpacken. Oh nein! Oh, Brittlein! Oh mein Gott! Wo kommt die denn her? Richtig. Was? Das ist die Printline oder der Horizont? Nee, vom Bauch ist eine richtig fette Printline. Oh, da ist noch richtig fette Printline. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott. Oh nein! Oh mein Gott, das sah anfangs so schön aus. Im Licht hat man nichts gesehen. Ja, es war nur Games 2. Es war das Kompl... Warte mal. Guck mal. Können wir das nochmal triggern? Das Licht? Oh, da ist es. Jetzt sieht man es. Oh, ich würde es am liebsten jetzt einschicken. Ich will wissen, ob es eine 9 oder eine 8 ist. Kennst du hier jemand aus? Es hatten halt ganz viele Leute, haben mir schon Sachen gezeigt. Immer als die, äh, auch die von Ravecarts hier waren. Und hab gesehen, guck mal hier, guck mal hier. Das ist sogar noch, das ist sogar noch eine 9. Und haben mir ganz viele Karten gezeigt, wodurch ich Hoffnung bekommen habe. Für was man noch eine 9 kriegen kann. Wir wissen ja auch alleine, dass es eine Printline ist, weil Fabos Gengar hatte das nicht. Ja. Ich hab auch ein Video geguckt. Da ist nix. Es ist auch nicht so schlimm, dass es eine Printline ist. Ey, guck mich an. Ich werde sie mir bewerten lassen. Ich glaube, da eine 8 oder eine 9 steht. Und werde sie mir hier hinstellen. Und das Video, wie ich sie gezogen habe, gibt es einfach für immer. Es ist einfach, es ist einfach mein. Guck mal, wer da im Chat gespawnt ist, Mann. Blaine's Gamble. Blaine's finde ich eigentlich kacke, aber... Was? Das ist es, das meinte ich, wie geil das ist. Was? Das wird dir gefallen. Wir haben so viele Apollos gezogen und ein Gengar. Wir hatten auch kein, wir hatten auch kein Nebulac. Dann kann ich alle so wegtriggern. Das ist cool, oder? Sieht voll schön aus. Das ist mega geil. Das ist jetzt mal richtig mit Geschwindigkeit. Guck mal, hier sind Geschwindigkeitsstreifen. Das kommt erst, wenn man Schallgeschwindigkeit überschreitet. Digga, wir haben erst sechs Holos und wir haben schon Gengar und Lavadas. Das ist so geil. Das ist so geil. Oh. Wir haben... Ja? ...den Sub-Record aufgestellt und da wollte ich eigentlich was verkünden. Was denn? Warum lächelst du so? Sag, sag, was ist es? Ich mag Überraschungen. Wir werden... Am 1.3. ...um 19 Uhr alle Eintragen mitschreiben. Wenn ich mitschreibe, fliegt. 1.3. Twitter, 19 Uhr. Boah, alle raten. Alle raten, was es ist. Ich weiß es, Chad. Ich weiß es. Alle raten, das ist das... Alle raten, das 12.000 Euro Jungle. Englisch Unlimited raten alle. Alle sagen das 12.000 Euro Jungle. Aber es ist... Es ist das Jungle. Ne. Evolution. Nein, natürlich nicht. Nein, 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 nein. Es ist... Gym Challenge. Gym Challenge. Das ist ziemlich krass. 18.000 Euro hat das Ding gekostet. Alter, das ist schon wahnsinnig drauf. Und das ist... Das ist noch geiler als Gym Heroes. Das Gym Challenge ist noch geiler. Guckt ihr an, was da drin ist. Da kann ein Glurak drin sein. Oh, Leute, ihr seid... Da können so geile Karten drin sein, wie Blaine's Glurak. Für Fabo super interessant. Natürlich auch wieder ein Bibo mit dabei. Erster, dritter. Dieser Floor Gardos. Aber willst du das aushalten so lange? Bist du dumm? 18, 19 Tage oder sowas? Vielleicht machen wir noch dazwischen irgendwas. Das ist doch nur ein ambitionierter Mann. Nicht 12.000, sondern 18.000. Mittlerweile können sie jetzt direkt schon für 20.000 wieder verkaufen. Das ist krass. Auge. Reapers. Noch einen Pikachu. Drei Pikachus. Drei Glumandas. Ultra nice. Ultra nice. Da muss eine Holo kommen. Gesundheit, Mann. Wir brauchen Lavados. Ibitak. Tantacruel. Oder... Sichlor. Dragonier. Oder Sichlor. Geil, fünf Stück will ich haben. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Ja! Oh, let's go. Oh, my God. Du hast es so gut gecallt. Ja, ich hab's gecallt. Oh, my God. Ich hab einem mein Knie angestoßen so sehr. Hab ich mich gefreut. Oh, das ist ein Gauer. Weißt du, warum ich Sichlor auch so feiere? Weil es das sonst nicht gibt. als Holo. Weißt du, wenn du Sichlor-Holo haben möchtest, dann kriegst du es hier raus. Geil, wie schön das ist. So aggressiv. Es ist ein geiles Pokémon. Es ist eine geile Karte. Es ist ein geiles Artwork. Ultra aggressive Angriffsposition. Digga, das ist so nice. Ich darf einfach immer sagen, was ich möchte, was ich mir wünsche. Und dann kommt das einfach und dann freue ich mich. dass das so funktioniert. Die hatten wir noch nicht. Golbert, geil. Erkiss Gloom. Garma. Digga, was können denn hier für Karten drin sein? Was ist das denn? Cool. Die haben schon so viel aufgemacht. Oh mein Gott. Let's go. Beide. Ich habe die drei besten Karten, Mann. Ich habe beide. Oh, Jimmy. Beide. Die ist fucking big. Lass dich nicht davon verunsichern, dass das Holo ein bisschen komisch aussieht. Das ist normal bei der Karte. Ja. Das sind so Gebirge unten, ne? Genau, genau. Noch nicht, noch nicht, bitte. Nein, nein, nein. Zur Hälfte kannst du schon mal einpacken, ne? Also, dass man halt das Holo zumindest denkt. Ey, mein Call vom Anfang war richtig. Ich will beide. Beide Lavadors und Gengar. Und ich habe sie einfach. Geil. Ist das... Was ist die teuerste Karte aus dem Set? Die. Die du gezogen hast gerade. Dacht ich es mir doch. Gut gedacht, Alter. Ey, ich habe einfach aus dem... Ich habe es euch gesagt, Mann. Ich habe aus dem Fossil keine... Kein Name hat es gezogen. Und heute dafür hier raus zwei. Einfach beide. Boah, ist das gut. Ey, wie geht das? Wie geht das? Weißt du, was die First Edition in der Szene ist? Na? Das sind gerade bei 8000 bis 10.000. Was? Krank. Das ist krank. Aber jetzt. Boah, Junge. Blendet einfach. Die drei besten Karten. Das ist doch so... Womit habe ich das verdient, Mann? Jetzt mal ehrlich. Du hast einfach das Set durchgespielt. Erstes Mal aufgemacht, direkt durchgespielt. Einfach geblendet. Ich mache das ganz schön regelmäßig. Chillig von mir, oder? Ja, was kann jetzt überhaupt noch kommen? Soll ich den restlichen Booster verkaufen? Ne, ne, ne. Wie gesagt, das Trainerkarten-Set wäre noch sick. Also, ich finde es nicht mal so geil. Selbst wenn du hast, aber... Ich habe jetzt, glaube ich, noch fünf Stück. Aber ein Drakon wäre auf jeden Fall noch geil. Ich habe noch fünf Booster. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ey, lass eine Kanalwette machen. Falls du auch noch keine hast. Ja. Ist da noch ein Drakonier drin? Das ist die nächste, die wir haben möchten. Das wäre huge, ein Drakonier. In fünf Boostern? Aber ich habe verarscht. Du hast mehr, du hast mehr. Du hast noch mehr, oder? Du hast noch mehr. Sieben. Ja, du hast noch mehr. Es dürften noch ungefähr zehn sein, oder? Du hast noch mehr. Acht. Ja, ja, ja. Ja, okay. Neun. Ja, scheiß Karuso zählt immer mit. Es sind zehn. Asi. Okay, tut mir leid. Es sind mehr, es sind mehr. Es sind elf. Es sind elf. Elf. Ich habe alle besten Karten. Und ich habe noch elf. Nicht so schreien. Und spuckt mal, das ist nicht gut. Okay, vergesst die Wette. Elf. Elf bis 13 Holos, oder? Oder ist Blade? Was ist mit meiner Hand? Was ist das für ein Scheiß? Ja, ich glaube elf bis 13 immer. Ja, wie überall. Und? Oh mein Gott. Das sieht auch cool aus. Simon. Sieht auch cool aus. Sieht geil aus. Oh, da ist eine Printline. Oh, das ist bitter. Oh, ja. Die sieht man so schon. Die sieht man so. Durch die Augen, Alter. Sind die Printlines, wenn diese Walze da drüber fährt beim Drucken, oder wie ist das? Ja, ja, da kann das passieren. Wie ärgerlich, Mann. Das stimmt. Lässt du alles graden, Max? Ich lass alles graden, ja. Selbst wenn es eine 8 wird, und das sind sie, weil das Centering gut ist. Wie lange soll das dauern? Ein Jahr? Ja, das dauert. Ich muss mir da irgendwas Krasses holen. Dann lass ich alles bei BGS oder sowas graden und mach da irgendwie... Sag mal Bescheid, ich will auf jeden Fall mein Tor-Talk auf jeden Fall auch noch einschicken. Ey, lass doch mal was machen, Alter. Lass doch mal was machen. Lass doch mal was mit zehn großen deutschen Streamern und YouTubern zusammentun, und dann sollt ihr da mal was richtig Geiles machen. Digga, wir haben schon alles. Wir haben schon alles. Demnächst muss noch das... Ich will das Dragonier sehen. Das ist schön. Digga, die Wahrscheinlichkeit, dass das Dragonier kommt, ist so todesgering. Oh, das will die jetzt kommen. Zieh die Karte ab. Das ist es. Oh mein Gott. Die wollte ich halt unbedingt haben. Wie geil. Ja, das ist cool. Wie geil. Ich versuch's nochmal ans Licht zu halten. Ja, jetzt. Ich hab bisher noch keine Printline gesehen. Das ist die erste geile Karte, die ich geil finde ohne Printline. Oh, das Ganze ist erst auf Printline. Aber die Karte, die ich unbedingt haben wollte. Weil die gibt es als Holo nicht. Tentacle Fire... Also, ich find die Karte mega geil. Wir haben vorhin eine Abschämung gemacht. Bei der zweiten Tentakel, oder? Rechts oben. Ja, 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 ja. Da oben ist eine kleine Zeit. Aber so ganz minimal, ne? Nur wenn er sie im richtigen Winkel hält. Jetzt sieht man's. Das reicht auch noch für eine Neue. Das reicht auch noch. Max zittert, pack sie ein. Ja, das geht nicht. Gibt's sonst nirgendwo Holo. Ich find's geil. Die Hälfte des Chats findet das Pokémon kacke. Die andere Hälfte ist bei mir und findet das cool. Fünf Booster noch. Und es kommt noch. Ich zähl jetzt nochmal nach. Ich zähl jetzt immer wieder. Rebels, musst du dir jetzt merken. Fünf Booster noch. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und es sind elf bis drei. Eins bis drei Holos sind da jetzt noch drin. Eins bis, ja genau, war richtig. Fünf Booster und ein bis drei Holos. Komm. Rein in der Masse. Gön, gön. Dragunier, bitte. Du willst unbedingt ein Dragunier. Das wär zu fast. Ich bin so dringend ein Dragunier. Wir haben die besten drei, die besten vier. Wärts so heftig. Ich möchte jetzt einfach nur noch viele Holos. Wir können ja ein bis drei Holos. Ich würd's geil finden, wenn wir noch zwei Holos kriegen. Zwei Holos würde ich extrem führen. Scheiß auf alles Dragunier. Oh was, oh mein Gott, oh mein Gott, wie geil, ey. Junge. Oh was, noch das Magneton von... Das, was vorhin meinte, das ist einer der schönsten Magnet... Wenn nicht sogar das schönste Magneton. Mit diesem... Mit diesem... Mit diesem Swirl, siehst du den? Gigantischer Swirl, übelgeil. Ja, riesiger Swirl links. Aber ich glaube auch eine Printline links. Ich zieh mal, zeig mal. Da. Ja, ach man, Alter, was ist hier los, Alter? Die sind aber sehr... Oh, der ist der Swirlschmeck. Die sind aber sehr, 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 sehr klein. Die sieht man nur aus einem gewissen Winkel. Das kann noch PSA9 werden. Trotz der... Also, wenn du sie zum Beispiel... Wenn du sie zum Beispiel irgendwie... Wie die anderen Karten vorhin... Irgendwie ins Licht gehalten hatten. Und man hat die komplette Oberfläche gesehen, ohne eine Printline zu sehen. Dann ist das immer wirklich nur eine ganz, ganz leichte... Guck mal hier, dass du sie so nicht siehst, ne? Ja, ja. Uh, da ist es. Da ist Apollo. Mega geil. Haben wir jetzt... Kam ewig. War am Anfang da. Jetzt haben wir... Kann ich mir auch noch zeigen. Jetzt aber. Belohn dich mal. Komm. Oh, Natschan, Alter. Was? Das kann Natschan drin sein? Boah, geil sieht's aus. Wie gesagt, Belohn. Ich fühle mich auch als Pokémon übertrieben. Ja, natürlich kann ich... Einfach OG. Man musste sich entscheiden zwischen Nocchan und Kigli. Immer schwerste Entscheidung. Ich habe immer Kigli genommen, glaube ich. Ich immer Nocchan, weil Nocchan Feuerschlag, Eisschlag und Blitzschlag kann. Das ist der allerletzte Booster. Wir haben schon zwölf Holos. Aber manchmal hast du 13 drin. Wäre sehr unwahrscheinlich. Ich bin aber unendlich zufrieden mit dem, was wir bisher hatten. Vielleicht ist es nochmal eine coole Rare. Aber vielleicht auch nochmal eine Hulu. Man weiß es nicht. Wir können doch einfach das Drago nie jetzt. Das wäre doch so... Ich sehe gar nicht. Wenn das einfach nur eine Hulu ist, wäre halt insane. Drago nie, bitte Drago nie einfach. Ey, aber warte. Ja? Die letzte Karte ist auch oft ultra wack. Bitte, nein. Dann ist man ein bisschen down. Du scamst. Du hast irgendwas dahinter gepackt, du Arsch. Nein, nein, hab ich nicht. Ich will nur sagen, wir können jetzt nicht sagen, bitte Drago nie, bitte Drago nie, bitte Hulu. Und dann ist das irgendwie eine wackige Trainerkarte. Ja, aber dann ist das halt ein Trailer. Ja, it's most likely to happen so. Insane geil. Was haben wir hinter? Oh, die Tenant Search wäre. Oh Gott. Hat er nicht schon? Oh Gott. Die Tenant Search wäre. Guck, besser so, besser so. Das wäre man zu enttäuscht. Ich bin es mir enttäuscht. Trotzdem. Von meiner Seite auch nochmal ein dickes Glückwunsch. Kuss, Bro, du hast es mehr als verdient. Ohne Scheiß. Vielen Dank, vielen, vielen Dank. Ich mach mich auf viel, viel geilere Zeiten in Zukunft. Wir hören uns auf. Schick mir gleich auf, was du machst. Ja, ja, safe. Geiler Stream. Geiler Typ. Vielen Dank fürs Dabeisein. Danke für alle die Jungs. Dir auch einen sehr schönen Abend. Schönen Abend. Ein geiles Opening. Ich mach immer die Dinger auf. Ich geb nur die besten drei Karten. Die muss man ja gar nicht kriegen. Und es ist immer völliger Abriss. Ich bin völlig durch. Ich wollte eigentlich noch weiter streamen, aber ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich sag noch Tschüss. Ich bin auch raus aus dem Discord. Carsten, Rewi, vielen Dank für alles. Gerne, gerne. Fürs Beistehen, fürs Spenden, fürs Anfeuern, für alles. Gerne, man. Well deserved. Mach's gut. Schönen Abend dir noch, ne? Jo, danke. Hau rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ich sag's euch ehrlich, ich kann's doch nicht verarbeiten. Letztes Mal war ich zwei Tage lang. Das ist auch ungesund. Das ist auch wirklich ungesund. Ist natürlich gut und man ist aufgeregt und ist dauerhaft unter Strom des Todes, aber man kann ja nicht abschalten. Ich werde jetzt hier stundenlang rumlaufen, nur Wasser trinken und durch die Bude laufen und komme nicht klar. Ich werde das verarbeiten und dann werde ich mich nochmal bei allen bedanken, drüber reden. Jetzt werde ich aber erstmal frische Luft schnappen. Vielen, vielen Dank, Leute, für alles. Ich kann's nicht checken. Wir sehen uns dann am Montag wieder. Da kann ich euch dann mehr zu erzählen. Danke wirklich für alles. Danke, danke. Euch einen schönen Abend. Tschüss.